Ich hätte gerne Munition. Ja, denn dir. Ich mach die Kugel schnell platt. Dann frag ich mich, was ich hier aufgesammelt hab. Die hier. Was ist denn los? Ach, hab ich den mal geändert? Ach, ist das ein Kartoffelwerfer? Ich bin nur so gut. Querschlägergewehr. Okay. Hab ich denn das Schrot? Ja, gut. Und hier ist ja gut. Kann man das lassen? Munition kaufen, hier bestellen. Ich stecke Frentifier in Rons. Haben wir gemacht. Hier, der Raketenwerfer, der muss immer Maximum sein. Hier Waffen kaufen und verbessern. Kann ich gar nicht, ich hab schon alles verbessert. Weil ich beim letzten Mal ja hier irgendwie abnormal viel Geld bekommen hab. Ja. Ich hab alle Waffen auf Maximum aufgebessert. Manchmal rennt man zu schnell. Ja, das stört mich so ein bisschen. Ich wünschte, man könnte den Supersprint manchmal abschalten. Dass man einfach nur ganz normal sprintet. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab nichts gemacht. Ich hab ganz legitime Munition erworben. Lass mich in Ruhe, geh weg. Ja, wenn es noch schon wieder rum. Ja, trotzdem. Ich geh da raus und werd angeschossen. Das ist nicht... Hey, guck mal, da ist was. Ja, ein Daten-Lock. Ein Audio-Lock. Was ist hier drin? Ach, guck mal hier in unserem... Guck mal hier in unserem... Guck mal hier in unserem... Ja, der gute alte Carlos. Mhm. Wir gucken mal auf die Karte. Was haben wir denn? Die Text-Adventures... Ne, ein Text-Adventure haben wir ja aufgesammelt, ne? Oder haben wir noch keine aufgesammelt? Doch, wir haben nur aufgesammelt. Ich weiß nicht, was machen wir denn? Jetzt machen wir Loyalität und dann... Ja, Loyalität, genau. Okay, dann machen wir Loyalität. Warte. Wir sind loyal. Ja, oder? Hey, Boss. Ich habe einen Tipp von Zinyaks' Geist, die in der Simulation starten. Let's get together and take them out. What do you say? Sure thing, Pierce. Wir müssen da hin, da hin. Aber wie konnte man nochmal annehmen? Tapp. Geht nicht. Was war jetzt? Ja, dann müssen wir den irgendwie selber starten. Auch dumm. Dazwischen landen, nochmal springen, den Gleitflug wieder aufladen. Ja. Und... Datenansammlungen. Die nehme ich mit. Hm? Ist ja egal, ob wir jetzt Verhandlungen haben oder nicht. Ja. Das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Nicht so über Sensor 3 oder Sensor 3 oder Sensor 3. Ja, da ist einfach ein Ladeplatsch im Stecken geblieben. Nehmen fahren da. Easy. Egal, ich habe fahren und gerade ausgedehnt. Oh, ich bin aufgestiegen im Level. Was? Hey, ich bin vor dir da. Ich war weiter weg. Achso. So, hier ist der Plan. Wir... Was zur Hölle? Alright, ihr zwei, geh in und... Hey! Verdammt, Frau. Meine Mission, meine Telefon. Weil ein Schiff in der Trucke ist auf dem Dock. Das ist das, was wir erst anfangen, um zu starten aus dem Zinnjacks-Gang. Mhm. Alright, willst du mich auf dem Dock treffen? Nein. Geh in. Ich bin driving. Es ist vielleicht deine Mission, aber ich bin driving, Pierce. Fine. Aber ich kontrolliere die Radio. Streckt man doch mal ein. Mit E. Steigt der jetzt ein, oder nicht? Der steckt immer erst ein, wenn wir beide eingestiegen sind. Aber der muss auch überlegen. Oh, der ist nicht für Zinnjacks. Dann, wie wird das das ihn aufhören? Oh, es wird nicht. Es wird aufhören, wer für sie sind. Und wer für sie sind? Schau. Alles wir müssen tun, ist, um zu den Dock und zuerstroren alle die Trucke. Ich denke, du kannst das tun? Ja. Okay, dann, wie geht's mit der Fahrradmusik? Ich dachte, du hast nie gefragt. Das ist wie meine Fahrradmusik. Mhm. Ich bin gut. Oh Gott. Ah, das ist sie. Ah, das ist sie. 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 Wer kommt bei dir gerade? Okay. We could be lovers. She makes the bed. And I steal the covers because I get cold. She likes it neat. And he makes a mess. I take it easy. Baby, I get obsessed. She's got the money. And he's always broke. I don't like cigarettes. And I like to smoke. Things in common. There just ain't a one. But when we get together, we have nothing but fun. Now I take two steps forward. I take two steps back. Baby, we come together cause opposites attract. And you know, it ain't fiction. Just a natural fact. That's right. We come together cause opposites attract. I don't know it. I know it. I know it. I don't know it. I don't know it. But this trust, I'm like a minus. She's like a plus. One going up, one coming down. But we seem to land all coming around. What if we make corrections? We make corrections. We make corrections. We make corrections. We make corrections. You and me proving everyone wrong. Don't think we'll ever get our differences patched. Don't really matter cause we're perfectly matched. Yeah. Then I cut it out. I take two steps forward. I take two steps back. We come together cause opposites attract. And you know, it ain't fiction. Just a natural fact. That's right. We come together cause opposites attract. Two steps forward. Two steps back. Yeah. We come together cause opposites attract. And you know, it ain't fiction. Just a natural fact. That's right. We come together cause opposites attract. Come together. Come together. Come together. Du schießt die ganze Zeit schon die Leute hier ab. Ja, ich schieß da auch. Endlich. Endlich, fertig. Ich steig jetzt hier aus, was ist das mit... Ist das auch ausgeschieden? Ja, der steigt ja mit aus, was ist das für ein Idiot? Ich will jetzt weiterfahren, ich hab... ich hab den Dreh raus. Mach das mal alleine. Komm raus. Ach, was? Das war ein gutes Lied, so weiter geht. Erst mal hinfahren zu dem... Oh, Destruction, das kann mich machen. Was ist das Bruder hier? Du bist wirklich überrascht. Zinyak zieht alle alten Gangs aus unserer Vergangenheit. Ich glaube, die Monster Trucks machen dann Sinn. Jesus, du denkst, Donny ist da? Oh, ich bedanke mich. Zinyak hat keine Chance. Das ist der letzte. Okay, wir gehen. Zurück in den Auto? Ich stehe trotzdem. Gut. Dann können wir noch mehr Musik auf der Weg hören. Haha, du kennst mich so gut. Hat er das jetzt bei dir gesagt, auch mit deiner Stimme, oder? Ja. Komisch. Weil beim Lieden war... Was singst du? Ist ja gerade durch die Tür wieder ausgestiegen. Wieso ist er ausgestiegen? Er ist durch die Tür. Wie die... Durch die Zune... Haha. Na, komm. Oh, 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 zum Atomkraftwerk. Uiuiui. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Ne? Macht ja wieder Musik an, der Tür. Komma, Bussi! Sing es mit me. Ich weiß, du kennst den Huck. Ihr singt doch gar nichts. Komma, komma. Ja, bitte? Mit Bismarck. Mann, ich kann nicht wundern, um zu töten zu töten! Also, warum sind wir auf dem Nukleplan? Wir schauen etwas nukleisches Wachstum. Was für die Hölle? Verdammt, wir haben bereits den Stubb abgeteilt. Hey, starte die Schrauben. Ja, aber komm, starte die Schrauben! Auf die nächste! Guck mal in die Kisten rein! Ist der fast die Minecraft? Nop! Das ist unser Auto, deswegen geht es nicht besser! Ja! Mit dem Baseballschläger! Guck mal in die andere Kisten! Wuuu! Aber das war auch eine Kiste! Was suchen wir jetzt hier? Was will der denn? Unkleares Zeuglob! Radioaktives Material, alles klar! Genau, wir suchen da einen, was wir da nach! Schnauze! Alter, was ist denn hier? Klima hier! Kiste öffnen, oder ist grün! Oh, der Fest da rein! Oh, okay! Oh, okay! Dann sollten wir schneller gehen? Äh, das ist eine gute Idee! Es sieht aus, dass er nicht so weit hinterher ist! Erinnern! Wir können ihn nicht töten! Wir müssen wissen, wo er geht! Guck mal, Boss! Boss? Shit! Ich kann mich an das! Ja, nicht! Wollen wir den mitnehmen, oder einfach nur fahren? Laufen? Ja! Ich hab keine Ahnung! Dann müssen wir den mitnehmen, eigentlich! Ich schaue den hinterher dann! Kannst das Auto ja benutzen! Ich hab kein Auto in dem Spiel! Ja, aber wo müssen die jetzt schon bei dir? Was ist mit dem los? Keine Ahnung! Ich hätte irgendwas stimmt mit dem, mit dem... Sachen gerade nicht, wenn ich... Folge dem Ziel! Ach ja, ich folge dem Ziel jetzt mal! Okay! Ich bin direkt hinter ihm! Er sieht mich nicht! Ich bin unsichtbar! Hä? 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 Na, die hier abwarten! Hä? Hä? Ach, keine Ahnung! Hä? Hä? Was denn? Wir haben uns den Pierce zurückgelassen, der Idiot! Ja, soll er halt äh... Wenn wir den zu nahe kommen, ist es gescheitert oder was? Ich bin direkt hinter dem, ich kann ihn schon berührt, das juckt ihn nicht. Bleib mal auf Sicherheitsabstand. Fasst ihn kaputt, doch nicht. Wenn ich ihn berühre, falle ich um. Ich sitze nicht mehr im Auto. Wohin fährt er denn jetzt mal nach innen? Begleiter und verbrachte Zeit, 95 von 120 Minuten. Ich sag mir hier gleich nicht da. Mach. Ich bin getroffen. Du bist da durchgelaufen, das Auto explodiert hat mich von der Brücke gestoßen. Bitte Wasted Screen einfügen. Zu Wasted. Wer fährt so langsam? Könnte der nicht mal ein bisschen schneller fahren? Ja, warum kann der nicht so schnell rennen wie wir? Das wär doch wenigstens mal was. Ich sammle jetzt die Dinger nebenbei ein, weil das wird ja eh nix. Weil einer muss hinter dem bleiben. Ja. Aber so ist, äh, gewinnoptimierend. Wir kriegen Datendinger, spielen die Mission. Ja, Marcel ist ja da. Da macht er schon. Ich bin hinter dir, Marcel. Keine Sorge. Der Flughafen. Ja, hier waren aber auch nur selten. Ach, guck mal wie ich den locker eingeholt hab. Die hat zwei, dreimal drüber gesprungen. Hallo. Ach, das haben wir hier gleich. Hier oben. Oh. Der war aber schnell weg. Ich bin jetzt die Leute. Ich bin jetzt die Leute. Hey Merrill, wie ist Jessica? Ich werde dich beide genießen. Der Flaster wird nicht sterben. Die Kraft, die ich hier habe, ist unglaublich. Was heißt Max? Ich habe immer den Arschlösen. Siehst du? Ich bin wirklich schnell weg. Wie ist er auch hier hingekommen? Du bist richtig, es ist. Sie hat sich in der Zaube. Das ist mir, Boss. Du bist du? Ja. bruderschaft geschafft super begleiter super begleiter toll ja den haben wir ja schnell in der luft gesprungen da ist so ein gratis schaden oh das sind sogar mehrere gratis ich mag die datenansammlung in der kammer schön leveln krieg ich die dp eigentlich auch ja klar kriegst du die auf 15% mehr lp für verdiente dp also Upgrade, Schaden ich kann mir eh alles kaufen was ich will Handfeuerwaffen, Neugeld hier direkt gegönnt Boni Boni Fahrgeld erhöhung geschenkt hier haben wir was Neues Schaden ich will den Schaden das hier in die luft geschickt und hm was haben wir hier noch das ist Fähigkeit Asgeier Asgeier von gelöschten Simulationen wird doppelt so viel Geld fallen gelassen Hört sich meiner meinung nach gut an Auftrag abgeschlossen yeah ich hab schon wieder Bargeld so jetzt haben wir Kräfte hab ich auch noch was was haben wir hier Stampfer können wir upgraden Stammverschaden wir müssen noch bei dem einen Auftrag eine machen dann kriegen wir eine Energieschwertkostüm ja noch ein Auftrag wollen wir den machen können wir theoretisch machen Buffbereich ach das level ich mal nicht das benutzen wir eh kaum glaub ich hast du ne aktiviert das bei dir auch aktiviert ist oder ja Fahrzeuge und Spiegel gehen Hand in Hand ich habe eine Signek für dich gefunden geh sie ich sammle es ja haha wenn auf dem Weg was wäre würde ich es auch machen wäre es nichts Marcel läuft hin ich sammle einen aber es muss sowieso nur einer hinlaufen also deswegen kann der andere immer oh da ist so eine Signek Statue aaaaah aaaaah die hat nicht gezählt klau das Fahrzeug weil der sieht gut aus was das Fahrzeug ja oh da ist ein Schlot ich kann da drauf nicht landen jooooooo mir egal Peacemaker Ne, die haben die Reifen zerschossen, super Das ist ein Polizeiauto Sieht aber gut aus Geh mal weg hier Ich muss den Auftrag dann auch noch abstempeln, ne? Ja Wahrscheinlich Da werde ich dann ziehen Das musst du ja Da werde ich dann ziehen Welcher Auftrag war denn das? Dieser hier